Hey Leute, ich bin's Conny und heute versuchen Viktor und ich vor Kissy Missy zu entkommen. Viel Spaß mit dem Video, abonnieren Viktor, like das Video, dies, das, los geht's! So Anton, hier gibt's ein Grad Pack, meinst du wir sollen uns equippen? Da steht equippen. Das kostet 1500 Robux! Was? Ich bin tot Anton! Du darfst nicht immer mit Floor laufen, dann stirbst du! Zeig mir das mal! Anton ist tot! Mach mal, ich hab's nicht gesehen! Okay Anton! Anton, 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 hör auf mit den Shenanigans! Wir müssen jetzt Kissy Missy, ich mein, äh, Mami Longlegs, ähm, entkommen! Sie wird uns töten! Siehst du diese Hand da? Sie hat schon Hagiwagi getötet, Anton! Komm weg, ich Hagiwagi! Nein! Nicht Hagiwagi, ich hab ihn geliebt! Ich auch! Nicht Huggy Wuggy! Okay Anton, wir müssen erstmal hier durch! Und guck, Potototos ist schon tot, Anton! Du musst aufpassen, was du hier machst! Okay, ich darf die Lava wohl nicht berühren, die ist wohl scheinbar aus echter Lava! Nee, nee, nee! Aber, was, was, ich muss mal sagen, die Lava sieht voll cool aus, weil die noch so ein oranges Licht mit sich bringen! Boah, das rät! In anderen Obbys ist das einfach nur Neonglow und sieht halt richtig schlecht aus, aber das ist nice! Weißt du, ich kann den Sprung schaffen? Äh, ich bin tot! Ah! Ich glaub, ich hab den Sprung nicht geschafft, Anton! Ich brauch die Taschenlampe! Versuch den auch, Anton! Versuch den Sprung! Ich hab ihn versucht, aber irgendwie ging das nicht! Warte, das ist ein Giftshop, da können wir auch hin, oder? Lass mal nach ihm gehen! Hier auf der rechten Seite! Die Sachen, die hier durchfahren, die fahren hier auch wirklich durch, Viktor! Ja, ja, ja! Find ich richtig cool! Hey, ich hab das Auto! Was, die meinst du? Tja, hättest du nicht auf Metall drauf gehen sollen, Anton! Ja! Kommt jetzt wieder was, please? Ich komm, Anton! Ähm! Willst du es jetzt durchschaffen? Ach, deswegen gibt es auch zwei Richtungen, ich verstehe! Hä, das ist voll geil! Kann ich jetzt auf das Auto rauf, please? Probier! Ähm! Probier's, Anton! Oh ja! Ja, komm mal! Du musst überlegen! Was sollte das denn? Das Auto ist geschmolzen! Das Auto ist geschmolzen! Es ging zu schnell, Windschuhe! Oh mein Gott! Okay! Also, Anton, das Auto kommt grad neu wieder, ne? Würde ich kurz anmerken! Ja, ja! Ich nehm jetzt aber die Mülltonne hier! Komm rüber, Anton! Nein! Was machst du da? Ich dachte, wir müssen hier um die Ecke rum! Ja, über dieses Ding hier! Nein, nein, nein! Du bist zu mir! Oh! Ja, dann gib mir eine Sekunde! Anton Dom! Gib mir eine Sekunde! Anton Dom! Anton Dom! Oh, das schaff ich hier, glaub ich, nicht! Ich glaub auch nicht, oder? Doch, hä? Lol! Du bist so krass, Norbis! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist so krass! Ja! So, hier bist du einfach ganz normal drüber springen! Das ist easy peasy! Wieso können wir nicht diese Dinger mitnehmen? Hä? Keine Ahnung, aber pass auf! Oh, das Hugi-Wugi-San! Siehst du das? Ja! Und da ist Kissy Missy's Zunge! Oh, mit Dornen! Ekelhaft! Ja! Laufen wir lieber an die Dornen vorbei! Die Katzen haben auch so, ähm, Widerhaken auf der Zunge! Vielleicht ist Kissy Missy in Wirklichkeit eine Katze! Anton, nein! Da ist Wet Floor! Pass auf! Floor ist wet! Nein, warum bin ich überhaupt in ihren Mund reingelaufen? Ey, Victor, ne? Da ist Kors, du, not enter! Tja, wir sind schon drinnen! Oh, pass auf, Anton, da ist Wet Floor! Was haben wir uns dabei gedacht? Das hab ich schon beim letzten Mal, als ich eine Obby gespielt hab, angesprochen! Warum laufen wir immer so nichtsahnend in den Mund von irgendwelchen Leuten rein? So, hä? Na gut, du, was hat die alles aufgefressen? Oh mein Gott, Anton! Wendt wie in einem Mongers! Ja, easy! Ah, ich bin tot, Anton! Nein! Feinlich! Ah! Jetzt bin ich wieder tot! Nein! Anton, ich steck fest! Ich bin hier irgendwo reingefallen! Nein! Ich steck auch fest! Ich bin in einem Loch, Victor! Äh, ich hab grad deinen Kopf gesehen! Ja, ich bin hier unten! Hier! Spring mal! Oh, ich hab's rausgeschafft! Komm raus! Moin, moin! Okay, Anton! Nach links oder nach rechts wollen wir hingehen? Äh, ich hab keine Ahnung! Ich hab die Orientierung verloren! Da steht Run! Dann nach rechts, Anton! Ich folge dir! Nach rechts und hier steht Danger! Okay, dann nicht zu Danger! Dann nach hier! Dann nicht zu Danger! Ich glaub, wir müssen einfach nur grad ausgehen! Nee, auch nicht! Wo bist du weh? Ähm... Vielleicht wieder dort hinten oder mal links! Oh, hier oben kann man hochspringen! Lol! Ja, aber da ist wieder nichts! Doch, doch, doch! Da ist ein Weg! Da ist ein Weg nach oben! Wenn man nach oben hochkommt! Oh, da! Wenn man es ganz hoch schafft! Aber das schaffen wir nicht! Das ist wahrscheinlich ein Weg nach unten! Dann nicht! Das ist wahrscheinlich eine Falle! Dann geb ich hier nach links hin! Warte, ich hab dich verloren! Oh, wir müssen nach links, Anton! Victor, ich hab dich verloren! Hinter dir! Hinter dir! Hier! Hier sind Kissi Missi! Kissi Missi! Oh, die darf ich nicht berühren! Nee, warte, jetzt ist Mami Lock! Das sieht so geil aus deinem Kopf! Einfach nur! Oh mein Gott! Sah das gut aus! Danke, Bro! Ich sah schon immer gut aus! Ich würde mich aber angegriffen als mit deinem roten Kopf! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Pass auf, ja! Ja, bei denen sieht man das, was ich hier durch! Das ist, was ich nicht berühren darf! Und deine Sword! Oh, okay, ich sterb hier! Jetzt sind wir erstmal hier! Jetzt sind wir bei dieser Toy Factory! Oh nein, wir müssen Squid Game spielen! Warte, das ist alles in Kissi Missi drin! Ja, das ist in Kissi Missi drin! Squid Game! Kissi Missi ist fett geworden, oder? Ja! Okay, warte! Okay, easy, easy! Oh nein, das ist so ein Ding! Links oder rechts, Anton? Natürlich links! Nochmal links! Okay, nochmal links! Nein! Ah, das ist doch... Nein! Oh, man kann es absehen, Anton! Man kann es sehen! Man kann es sehen! Man kann es doch nicht sehen, vergess es! Okay! Rechts! Links! Links! Ich bin ja da rechts gesprungen und gestorben! Also warte, rechts! Oh, man kann es doch nicht sehen! Du hast recht! Ich habe eben auch gedacht! Was warst du jetzt links oder rechts, Anton? Ähm, zweimal links! Eins! Zwei! Das heißt, nochmal links! Dann nochmal links! Und dann nach rechts! Hier scheinbar! Dann nach rechts! Ja! Oh! Du hast geschafft! Ja, Mann! Okay, jetzt müssen wir... Können wir hier reingehen? Können wir hier reingehen? Ja, scheinbar! Wir können auch hier reingehen, Anton! Also es gibt zwei Möglichkeiten! Ja, dann gehen wir dahin, wo nicht Du-Not-Inter steht, oder? Äh, okay! Dann gehen wir hier in den safe Weg! Ja! So! Warum sollten wir das tun, wo von uns abgeraten wird? Ja, das ist ein guter Call eigentlich, ne? Dies suggeriert auch, dass wir hier nicht rein sollten, aber egal! X markiert die Stelle, Anton! Ja, das stimmt auch! Dann gehen wir hier... Ähm... Ähm... Guck, wir werden gefrisst! Äh, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter! Das wird schon nichts passieren! Ja, wir gehen einfach mal... Ich komme nicht weiter! Nein, ich bin so fett! Ah, Victor, ist fett! Oh, ich passe gerade so durch, weil ich so fett bin! Ähm, kann es sein, dass das hier einfach nur ein anderer Weg ist? Ja! Ich hab keine Ahnung! Ähm, ja, Victor, wir sind wieder am Anfang! Äh, ich hoffe, wir gehen jetzt an die Kombination, oder? Das ist hier mal einfach die Alternative, wenn man den Weg hier nicht gehen möchte! Naja! Also, warte, rechts, links, 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 links... Ja, ich weiß das doch noch! ... und zwei mal rechts, ne? Aha! Ich wusste es nicht! Ich hab's vergessen! Ich hab's geraten! Ich hab's isen! Kann man eigentlich hier reingehen, meinst du? Nee, die ist abgeschossen, okay! Nee, das ist aber auch abgeschossen gewesen! Gut, dann gehen wir hier rüber! ... und dann gehen wir zum Danger Manger! Ach, was für Danger-O-Pf! So! Ja, aber fall bitte nicht in das Loch rein! Wir müssen ins Loch rein, Anton! Wir müssen ins Loch rein! Geronimo! Alles klar! Oh! Hey, no! Und hier können wir da einen Cartwright machen, oder? Hast du gerade den Sound-Effekt gehört? Nö, ich hab nichts gehört! Oh, das Spiel hat gerade so einen dünnen Sound-Effekt gemacht, weil da unten Kissy Missy drin ist! Joa, das sehe ich auch gerade! Da ist aber Kissy Missy! Okay! Okay, Anton, springen wir erstmal nach oben, wo oben der? Klar, aber! Wieder nach oben! Und dann erstmal hier aufs Seil balancieren! Genau, Seil balancieren! Und dich nicht abwerfen lassen, ja? Nicht sterben, Anton! Nicht sterben! Jetzt erstmal über die heißen Rohre springen! Wie gar nicht mal so heiß aussehen! Warte, warte! Was macht eigentlich Kissy Missy in, ähm... In sich selbst! Wir sind hier immer noch in Kissy Missy drin! Ja, eh! Hm! Okay, okay, Anton! Hier sind fliegende Leitern! Ich glaub, Gravitation existiert in Kissy Missys Bauch nicht! Naja, wer weiß, was hier für Kräfte wirken! Ich mein, Kissy Missy ist erscheinbar auch in sich selbst drin! Vielleicht ist er auch Mami lang links unsterblich! Ja, ja, ja! Ey! Poppy wants to play! So, okay! Gehen wir nach links! Ich glaub, links ist die sichere Variante! Ich bin tot! Aua! Ich bin nicht tot! Ich bin aber tot! Du bist tot! Tja! Please! Hä, wo bin ich? Komm her, Noob! Wo bist du? Ich hab die Punch-Sound-Effekte gehört! Hier gibt es Punch-Sound-Effekte! Oh, ich bin tot! Ich bin auch nicht tot! Hier sind Hände, Victor! Victor, hier sind Hände! Ja, das sind meine Hände, Anton! Ach so, dann ist er gut! Ah, wir sind natürlich im Magen angekommen! Wie schön! Ja, ah! Im Verdauungsstrakt! Peinlich! Hier ist die Magensäure, Anton! Du hast gesehen, was mit mir passiert ist, als ich die angefasst habe! Victor, das X markiert die Stelle! Und jetzt? Ich darf vielleicht auf den Train springen! Ich darf vielleicht auf den Train rauf, oder? Oh, der fährt voll schnell jetzt auf einmal! Okay, Anton, setzen wir jetzt nach oben hin! Komm, Anton! Ich bin tot! Wo bist du? Tot! Bist du tot? Ja, der Train! Komm zurück, Anton! Victor, komm du zurück! Nein, ich bin auch tot! Ha, Victor ist gestorben! Peinlich! An der Stelle noch! Tja, was soll ich sagen? Gut, warten wir auf den nächsten Train! Ja, irgendwie kommt der Train nicht so ganz! Ich seh mich hier ein bisschen rum! Ich glaub, der Train hasst uns! Loy, hier sind unsichtbare Wände! Was soll denn das? Wie, das unsichtbare Wände? Hey, guck mal, da hinten ist... Ähm, wer ist das? Hm? Potatutus, die vorhin gestorben sind! Nee, Potatutus! Potatutus! 5.000, 8.000! Oder 500, 8.000! Okay, jetzt können wir auf den Zug aufspringen! Das hab ich in einem Film gesehen! Easy! Komm rauf, Victor! Oh, ding! Der Train main ist schon da! Hab ich gar nicht mitbekommen! Okay, los geht's! Warum steht da where sit you? Oder where you sit? Was steht denn an der Wand vorne? Wo steht das? Oh, direkt vor uns, an der Wand! Hier steht you will die! Oh, nee, watch where you sit! Ah! Also, ich... Da kann schon you will sit, was? Ja, also, watch where you sit, aber wir sitzen an der höchsten Stelle vom Zug! Das muss doch die beste Stelle sein, ne? Natürlich! Natürlich, also, die coolen Kids sitzen immer vorne... Nee, was, die coolen Kids sitzen immer hinten! Wir sind die lahmen Kids! Ah, wir sind die lahmen Kids! Ich hoffe, wir sterben deswegen nicht! Ey, es gibt Lammen! Wir werden deswegen sterben, das weißt du ganz genau! Ja, irgendwie schon! Ey, der Zug wird immer schneller, ne? Okay, passiert jetzt nochmal was? Ich hab keine Ahnung! Vor allem, warum... Was nenne ich denn? Der Zug-Sound-Effekt, der hört sich an wie Schritte! Das sagst du! Der Herr, das sage ich! Was, ich muss nicht sagen, ich glaube, ich hab den aus! Ja, du hast den aus, aber gerade... Oh! Watch where you're doing! Oh, ich war tot geslammt! Bin tot! Tja, ich war hier aus! Was soll das? Du kannst, wenn du auf dem Zug bist, kannst du ausweichen! Wie? Du kannst einfach vor deinem Sitz aufstehen, hab ich gerade gemerkt! Na gut, Viktor, ich warte hier an der Bush-Heisestelle auf dich! Skipp Stage, wie viel kostet das? Nein, komm, mach einfach! Ich glaube, die werde ich nicht zahlen, ansonsten! Skipp die Stage nicht, skipp die Stage nicht, ich vertraue mir! Ich warte auf den nächsten Zug! Okay, gut, du musst mir vertrauen, du darfst die Stage nicht skippen! Hier gibt's eine Überraschung für dich, die musst du so erleben! Der Train ist wieder da! Ich bin tot wegen der Magensäure, oder? Ich hab ein schwarzes Screen! Warum ist der Screen immer schwarzes? Ja, das hat sich tot war wegen der Magensäure! Ich bin jetzt wieder richtig tot! Ich hoffe, der Train ist nicht weg! Okay, ich bin neu gespondert, Anton! Und? Auf zum Train! Es ist voll schwer rauf zu gehen, hallo? Ja, du musst an diesen... Ich bin jetzt auf dem Train, Anton! Du schaffst das, Viktor! Ich glaube an dich! Wenn ich stehe, dann sterbe ich nicht irgendwie! Ja! Dann kann er aber ausweichen! Ja, okay! Das musst du sogar später! Ich hatte Glück, dass ich die erste Klatsche nicht abbekommen hab, weil danach hab ich gemerkt, dass ich aufstehen kann und bin an den anderen Klatschen ausgewichen! Ich dachte, das wär nur ein Dekor gewesen! Denn Kissy Missy ist nicht Dekor! Diese Klatsche mit ihren komischen Surprise-Sound-Effekten! Oh, ich mach irgendwas kaputt, was? Ich hab irgendwas kaputt gemacht! Jetzt ist der Kissy Missy! Lebst du noch? Wo bist du, Anton? Wo bist du? Auf der linken Seite vom Zug! Viktor! Oh, hallo, ich bin hinter dir! Weißt du, warum du nicht skippen solltest? Kissy Missy! Weil hier steht Play again, wir sind durch! Oh, wir sind durch, Anton! Wir sind durch! Und hier ist Mami Longlegs! Haben wir die eigentlich jetzt ermordet oder was ist passiert? Ich hab keine Ahnung! Ich glaub, das erfahren wir erst im nächsten Part, oder? Ich glaub, Mami Longlegs ist tot! Hey, wozu ist die Pfütze da? Wozu ist die Pfütze da? Okay, ich würd sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da! Abonniert mich und Viktor! Bis dann und... Ciao!